Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Es gibt diesen alten Schlager, ja die Tulpen aus Amsterdam. Daran denke ich aber aktuell nicht, wenn ich an Amsterdam denke. Ich denke auch nicht an irgendwie Marihuana oder irgendwelche Space Cookies. Nein, ich denke an viele, viele Topstars, die sich in einem Film versammeln. Und damit Hallo zur Besprechung von Amsterdam. Ich bin erst du und ich habe heute einen besonderen Gast, den ich immer dann raushole, wenn die Top-Filme besprochen werden. Ich glaube, wir beiden da haben zuletzt Fast & Furious 10, nee 9 war es, besprochen. Hallo Olli. Einen wunderschönen guten Tag. Oder wie man in Amsterdam sagen würde, ein gewaltiger Gündach. Da hat sich jemand wirklich perfekt vorbereitet. Jetzt weiß ich, was du heute den ganzen Tag gemacht hast. Olli, danke, dass du mich hier unterstützt. Du hast genau wie ich den neuen David O'Russell-Film vorab sehen können. Wer David O'Russell nicht kennt, das ist ein Regisseur, über den könnten wir vielleicht gleich auch mal sprechen. Vorab sei noch schon erwähnt, in Amsterdam geht es ganz grob gesagt um drei Freunde, die kurz vorm Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in New York ein riesengroßes Komplott aufdecken, eine Verschwörung sozusagen. Und das Ganze beruht so ein bisschen auf wahren Begebenheiten. Und ich habe mir wirklich heute längere Zeit Gedanken gemacht, wie ich jetzt diesen Podcast so richtig eröffne und wie ich die eigentliche Besprechung anfange. Ich habe mich für einen sehr drastischen Schritt entschieden, liebe Olli. Ich sage nämlich gleich vorweg, das war der für mich bislang langweiligste Kinofilm, den ich 2022 gesehen habe. Jetzt du. Ich würde mich da, glaube ich, sogar anschließen, denn ich habe eigentlich zu dem Film allen, die mich gefragt haben, wie ich den fand, gesagt, der tut nicht wirklich weh, er ist aber einfach nur stinkelangweilig. Ja, und das ist in der Hinsicht ja schon nicht problematisch, aber schade, wenn wir mal einen Blick auf die Besetzung werfen. Denn ich glaube, wir könnten diesen Podcast auch damit einfach füllen, indem wir uns gegenseitig die Namen an den Kopf werfen, wenn er alles mitspielt. Nur mal voraus, also ich schicke mal voraus, die drei Hauptrollenspielen Christian Bale, John David Washington und Margot Robbie. Und das ist halt schon mal eine Besetzung, wo man sagt, holla, und die Nebenrollen sind dann noch Michael Shannon, Mike Myers, Anya Taylor-Joel, Rami Malek, Robert De Niro. Und die Liste geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und ich glaube, es ist fast schon eine Art Kunststück, aus so einer Besetzung keinen unterhaltsamen, und richtig funktionierenden Film zu machen. Ja, und du hast gerade Taylor Swift vergessen. Die darf man nicht vergessen, ist du. Taylor Swift hat die beste Szene im ganzen Film. Das will ich ja sagen. Ich sag nicht, was passiert, wegen Spoiler, aber ja, Taylor Swift opfert sich für die Antifa. Ja, und ich muss sagen, ohne zu viel zu verraten, dieser Moment, in dem mit ihr das passiert, was mit ihr passiert, da hat sich für mich dieser Film in eine Achterbahnfahrt begeben, wo ich nicht wusste, was ist das hier, wo ich hier eingestiegen bin. Weil ich fand, ab diesem Moment nimmt dieser Film so eine ganz komische Tonalität ein, was irgendwie lustig ist, ohne dass man drüber lachen kann, und irgendwie ernst ist, ohne dass man es wirklich ernst nehmen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, also das geht mir wirklich genauso. Kleiner Tipp, wenn ihr die Meinung von Olli nicht schriftlich haben wollt, er hat auf Humi Rubrik eine Kritik geschrieben, die ich sehr empfehlen kann. Und im Grunde kann ich die komplett auch so unterschreiben. Bei mir sind halt nur ein paar Sachen, die haben eine andere Gewichtung. Und ich finde halt gerade diesen Kontrast, dieser Zwang irgendwie, wir sind jetzt lustig und seltsam und weird, wollen aber trotzdem versuchen, irgendwie dann doch eine ernste Verschwörungsgeschichte zu erzählen. Und das beißt sich nicht nur, das kratzt sich gegenseitig die Augen aus. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, als hätte David Russell hier versucht, irgendwie den Stil von den Coen Brothers zu nehmen und von Tarantino und irgendwie so das Machwerk aus Jahrzehnten in einen Film zu pressen. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Das stimmt tatsächlich. Dieser Film ist durchzogen mit so einem Willen, dass er ein bisschen anecken möchte, ein bisschen cool sein will, auch ein bisschen weird wie die Coen-Brüder, genau. Aber er schafft es einfach nicht. Und was mich auch wirklich gestört hat, und das ist für mich auch ein ganz großer Knackpunkt, ich mag Christian Bale wirklich gerne. Aber manchmal hat er echt so, da spielt er, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, ich sag mal so, immer wenn Christian Bale Menschen spielt, wie jetzt zum Beispiel von David Russell, The Fighter oder Le Mans 66, ist der herausragend gut. Jedes Mal, wenn er Figuren spielt, wie jetzt hier dieser Burt, ähm, Burtonson oder wie er heißt, ist es für mich jedes Mal eine Qual. Ich fand Christian Bale in diesem Film wirklich furchtbar und er hat von allen Darstellern auch noch die meiste Screentime. Wie ging's dir mit Christian Bale? Kann ich unterschreiben. Ich fand, ich hab in meiner Review geschrieben, dass er für mich irgendwie so wirkte, als wäre er aus einem Saturday Night Live Sketch entsprungen. Aber ich fand irgendwie so darstellerisch, von niemandem gab's da irgendwie wirklich was Großartiges. Ich finde, Margot Robbie hat noch am meisten Spaß irgendwie dabei und das ist irgendwie ganz nett. John David Washington, dem sieht man an, dass er sich wirklich Mühe gibt, diese super langweilige Figur nicht ganz so langweilig zu gestalten. Und gut, der Rest sind natürlich nur so kleine Randfiguren, die man irgendwie vielleicht gerne sieht, aber irgendwie hat mich da nichts großartig mitgerissen. Ja. Ist es dir auch so ergangen, dass jedes Mal, wenn der Film eine neue bekannte Persönlichkeit einführt, also ich meine damit die Darstellerin, dass dann jeder immer so zwei, drei Minuten bekommt, wo er oder sie dann glänzen kann und so zeigen kann, ich bin Schauspieler, jetzt zeige ich euch, was ich kann. Und es fühlt sich aber irgendwie alles so stumpf an, auch so irgendwie wertlos. Weil was bringt es mir, wenn, sage ich mal, Michael Shen und Mike Myers da sich irgendwie die Bälle zuspielen, aber es funktioniert einfach nicht. Weder was den Witz angeht, noch was die Dramaturgie angeht. Und von einem Spannungsaufbau müssen wir gar nicht auch erst reden. Auf jeden Fall. Ich fand, es war so ein bisschen wie ein, ja, Vorführen des Vorführens willen. Weißt du, die Handlung war gar nicht so wichtig, sondern der Film schreit einfach alle zehn Minuten, oh, guck mal jetzt, hier kommt Zoe Saldana, oh, guck mal jetzt, Chris Rock ist auch noch da und hier der Nächste. Und das war irgendwie, ja, langweilig, wie wir es schon ganz zu Anfang gesagt haben. Ja. Also, ich bin ja auch jemand, der jetzt nicht so der große Freund davon ist, zu sagen als Kritikpunkt, der Film ist langweilig. Aber es tut mir leid, bei Amsterdam bleibt mir jetzt irgendwie keine andere Wahl. Wir haben den ja vorab sehen können, wie schon gesagt. Und ich hatte wirklich stellenweise Probleme, die Augen aufzuhalten. Nein, ich habe den nicht irgendwie frühmorgens um sieben gesehen. Ich hatte meinen Mate und meinen Kaffee in, ich war ausgeschlafen und trotzdem war das wirklich, also es war wirklich Arbeit, dieses Film zu gucken. Es kam mir wirklich vor, als würde ich arbeiten. Und das ist kein gutes Zeichen bei dem Film, wie ich finde. Ja, und eine Frage, hast du dich in dem Film manchmal so gefühlt, als würde dich David Russell minimal für blöd verkaufen? Ähm, ja, schon. ja, doch, doch. Also, manche Sachen wurden mir so tot erklärt, wo ich dachte, das habe ich verstanden. Es hat mich teilweise ein bisschen erinnert an den letzten Bulli-Film Tausend Zeilen, der ja auch immer so Sachen gefühlt achtmal erklärt. Ah, dankeschön. Weil genau an diesen Film musste ich auch denken, weil, ähm, man hat tausende Voice-Over von Christian Bale, wo man denkt, okay, warum erzählst du das? Zeig es doch einfach. Und klar, der Film darf jetzt keine vier Stunden gehen, aber dafür zeigt er andere Dinge, wo ich mir denke, okay, warum zeigst du mir ausgerechnet das? Und, äh, dann hat man immer diese Wiederholungsschlaufen, die drei ProtagonistInnen stolpern irgendwie auf ihrem, auf ihrer Suche nach der Wahrheit durch so verschiedene Stationen. Und jedes Mal, wenn die in einer neuen Station ankommen, ist es so ein, ah ja, wir kommen grad von da, und da haben wir mit dem und dem geredet und der hat uns das und das gesagt und sie sind, ah, okay, dann gehen wir jetzt dahin und erzählen dem und dem das und das und das hat man ständig und ich denke mir, ja, wir haben das doch gerade gesehen, warum wird uns das erzählt? Und es ist wirklich, und bei tausend Zeilen, ähm, war es glaube ich so, dass Elias Mbarek irgendwann sagt, äh, ich fasse nochmal zusammen und dann wirklich die komplette Handlung darüber erklärt, wo ich mir so denke, das ist das unfilmischste, was man in einem Film machen kann, warum tut ihr das? und das nervt mich dann immer, so, so Kleinigkeiten und dadurch hat auch der Film so ein ganz komisches Tempo, alles wirkt dadurch irgendwie so gehuscht, gehuscht, gehuscht und weil es, äh, gehuscht ist, muss es dann nochmal erklärt werden und das fand ich einfach, äh, hanebüchend. Ja, das stimmt, also, ich sag mal etwas Positives, ähm, ich finde, der Film sieht schon sehr gut aus, du siehst, dass die Kamera einen Emanuel Lubezki hatte, das ist der, der Mann, der hier Revenant und Gravity gemacht hat, glaub ich, zwei- oder dreifache Oscar-Preisträger, der auch viel mit Terrence Malick zusammengearbeitet hat, die Musik ist von Daniel Pamperton, der macht ja auch relativ gute Scores, also technisch kann man dem Film jetzt keine, keine Anklage machen, aber halt eben, ich finde, die, den, die Hauptschuld, dass der Film so versagt hat, glaube ich, ist wirklich der Regisseur und Drehbuchautor David O. Russell und vielleicht sollten wir über den mal ein bisschen reden. Ich muss hier im Vorfeld ganz klar sagen, ich war noch nie so großer David O. Russell-Fan. Ich weiß, es gibt viele Fans draußen, die mochten zum Beispiel den American Hustle sehr, den fand ich auch schon schnarcht langweilig, aber nicht so schlimm wie in Amsterdam. Wenn ich mir einen Lieblingsfilm von O. Russell aussuchen müsste, wäre es The Fighter. Hast du da einen Favoriten? Ich habe The Fighter leider nicht gesehen, aber ich glaube, so gut wie alles, was danach kam und ich bin echt nicht so der David O. Russell-Fan, also ich fand American Hustle, American Hustle, finde ich gut, American Hustle wäre vielleicht der bessere Film gewesen. American Hustle fand ich ganz okay und danach hat er noch diesen Joy, alles außergewöhnlich gemacht, den ich furchtbar finde und Amsterdam finde ich jetzt auch nicht so toll, deswegen, ich bin kein David O. Russell-Fan leider. Ja, man muss ja auch sagen, dass der Mann ist, also ich frage mich, wie es der Mann schafft, jedes Mal wirklich diese Stars zusammen zu bekommen, denn er ist ja in Hollywood kein unbeschriebenes Blatt, der gilt ja als wirklich sehr, sehr großer Choleriker, es gibt ja viele Darsteller, Darstellerinnen, die gesagt haben, und mit dem arbeite ich nie wieder zusammen, zum Beispiel George Clooney gehört dazu, Amy Adams hat, glaube ich, nach American Hustle auch gesagt, okay, das reicht mir jetzt, es gibt ja auch ein sehr bekanntes Video, wo er Lily Tomlin beim Dreh zu I Hurt Ruckabees wirklich so zusammenschreit, dass die Frauen einen Weinkrampf bekommt, dazu gibt es noch ein paar andere Sachen, die irgendwie, die so offenbart wurden, er soll zum Beispiel seine Transsex oder nicht irgendwie sexuell missbraucht oder angetatscht haben, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, es gibt auf jeden Fall genügend Gründe, warum dieser Mann eigentlich nicht so viele Stars zusammentrommeln sollte oder kann, aber er schafft es trotzdem und ich frage mich wirklich nach Amsterdam, warum? Und nicht nur, weil der wahrscheinlich so ein aussiehtrichtiges Arschloch ist, sondern, also das funktioniert halt einfach nicht. Da habe ich nichts hinzuzufügen, ich habe mich da schon als kein David Russell Fan geoutet, das willst du denn auch von mir hören? Einfach ein Sto, du hast recht und wir sind durch mit dem David Russell. Sto, du hast recht. Wunderbar, aber danke für Ihr Merken Russell, das gefällt mir sehr gut, dass wir euch auf jeden Fall beibachten. Gut, kommen wir nochmal zurück zu Amsterdam. Gab es für dich denn irgendeine Figur, denn der Film, finde ich, funktioniert mehr durch die Figuren als durch seine Geschichte, die dir wirklich gefallen hat? Du hast schon gesagt, Margot Robbie fandst du ganz okay, aber gab es so von diesen, sag mal, kleineren Auftritten irgendjemand, wo du sagst, okay, das hat mir jetzt gefallen, das waren jetzt so zwei, drei Minuten, die ich genossen habe? Ich muss sagen, und das macht der Film gar nicht so schlecht, finde ich, dafür, dass er so viele DarstellerInnen hat, die auf 120 Minuten zu verteilen, weil irgendwie, das hat mich zum Beispiel bei The French Dispatch so ein bisschen kribbelig gemacht, dass da so viele talentierte Leute sind, aber dann setzt du da irgendwie einen Christoph Waltz für zwei Sätze an den Tisch, der dann irgendwie ein Radio anspricht oder irgendwie sowas war da, wo ich mir denke, ja gut, da brauchst du jetzt keinen Oscar-prämierten Darsteller, da kannst du mich auch hinsetzen, dann lese ich dir das auch eben vom Papier ab. Und bei Amsterdam können jetzt auch nicht alle wirklich strahlend glänzen, aber ich muss sagen, immer wenn die Leute in die Episoden da quasi reingestolpert sind, nachdem sie von der Kamera da sehr offenkundig empfangen wurden, fand ich es meistens sogar ganz unterhaltsam. Ich fand Rami Malek und Anna Taylor-Joy gar nicht so schlecht. Ich fand, Robert De Niro war halt wieder Robert De Niro, außer am Ende. Und da fand ich die Rede super, die er da gehalten hat. Das Ende fand ich zum Beispiel auch erst mal gar nicht so schlecht, weil es dann doch irgendwie Bezüge halt hatte zu dem, was im Januar passiert ist, da dieser Sturm aufs Kapitol. Genau. Bezüge hatte, spannend war und mal ein bisschen Emotionen im Spiel waren. Vielleicht kommt es eben durch diese Bezugnahme. Aber das wirkte irgendwie so aus der Luft gegriffen und das richtige Ende, was quasi danach noch kommt, das war dann auch wieder so unbefriedigend, dass es mich wieder ein bisschen abgeschreckt hat. Aber ja, ich würde sagen, so Robert De Niro, Rami Malek, das waren so die kleinen Glanzmomente. Ich fand auch, Michael Shannon und Mike Myers waren irgendwie so nette Randfiguren, aber mehr eben auch nicht. Ja, also, der Film hat mich einmal überrascht, nämlich, dass ich tatsächlich Timothy Olyphant erst beim vierten Mal erkannt habe. Der hat ja wirklich so, auch nur so, der läuft ja auch so drei, vier Mal durchs Bild, hat eine sehr, ich sag mal, sehr unsympathische Rolle aber und erst bei seinem letzten Auftritt fiel mir auch, oh, das ist der Timothy Olyphant. Ja, er sieht halt in dem Film ein bisschen aus, er hat mich daran erinnert, wie das Monster from the Black Lagoon. Ja, das stimmt. Komplett entstellt und ich habe ihn, glaube ich, beim zweiten Mal schon erkannt, was aber einfach irgendwie an seiner Körperhaltung lag. Der ist ja auch sehr groß und hat so eine Präsenz. Da hat es dann bei mir geklingelt, aber ja, man erkennt ihn schon sehr schwer. Es gab aber auch bei mir eine Szene, wo ich sage, okay, die fand ich toll, weil die so relativ aus dem Nichts kam und da war es dann, also die hatte wirklich so was, was positiv Weirdes und zwar spielt Andrea Riceborough ja die Ehefrau von Christian Bale oder die Ex-Frau, ich weiß es gerade nicht mehr und Christian Bale ist ja genau wie John David Washington, ein Veteran und hat ja ein Glasauge, also ein Auge verloren im Krieg und wurde auch von diversen Schrapnellen halt wirklich übel mitgespielt und es gibt eine Szene, wo diese Andrea Riceborough seinen Körper, sage ich mal, begutachtet und das war eine echt weirde, aber dadurch auch sehr interessante und schöne Szene und gleichsam muss ich auch sagen, was ich auch schön finde an dem Film, wie er mit den mit den Veteranen umgeht, also mit den Leuten, die halt eben, sage ich mal, stark beschädigt aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind, das ist auch ganz schön, er macht nicht so viel draus, letztlich ist ihm seine Verschwörungsgeschichte dann doch wichtiger, aber wenn ich bedenke, wie oft so Veteranen sonst gezeigt werden, war das noch eine recht schöne Herangehensweise. Ja, auf jeden Fall, aber fandest du die Szene mit der Ehefrau dann so interessant, weil die lustig und abstrus war oder warum? Also lustig fand ich sie nicht, ich bin mir auch ganz sicher, ob sie lustig sein sollte, kann natürlich sein, aber sie kam so aus dem Nichts, sie hatte so was, was gleichsam Zärtliches, aber auch gleichsam sehr Befremdliches, also ich glaube, das kann man hier ja sagen, das ist kein großer Spoiler, sie guckt sich halt diesen Körper von Christian Bale an, der voller Narben ist und Schramm und fährt so mit der Hand drüber und es hat mich teilweise wirklich so ein bisschen an David Cronenberg erinnert. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ein bisschen ein Crash, nur halt eben in der FSK 12 Variante und das ist schon viel wert nicht, aber wenn der Film halt davor und danach wirklich für mich meistens halt daraus bestand, dass ich auf die Leinwand gestartet habe und mich gefragt habe, man hört es endlich auf, habe ich dann diese zweieinhalb Minuten dann doch recht genossen, weil es mich überrascht hat und es hatte ein bisschen was anderes und vor allem machte es die Figur von Christian Bale das erste und einzige Mal auch so ein bisschen verletzlich, weil ja wirklich dadurch die ganze Verschwörungskiste durchlaufen und es wird vielleicht mal geschossen oder sie bekommen mal eins auf die Nase, aber du hast niemals oder ich hatte niemals das Gefühl, dass die wirklich einer richtigen Bedrohung ausgesetzt sind. So ging es mir nämlich auch und ich glaube, das war auch so ein Großteil des Problems an der Figur von Christian Bale, dass da irgendwie die Menschlichkeit fehlt, weil er ist so dermaßen ulkiger Clown, dass da irgendwie gar nichts Menschliches mehr durchsickert und da fühlt man ihn nicht so richtig mit und vor allem durch eben diesen komischen Mix aus Ernst und Komik wird die Bedrohung komplett zunichte gemacht, also wie du gerade schon sagtest. Da würde ich dich mal fragen, wie fandest du den Humor beziehungsweise wurde bei euch im Kino ein bisschen gelacht? Nein, tatsächlich gar nicht. Ich persönlich habe auch wirklich nie gelacht. Also ich habe, glaube ich, eins da mal so kurz so aufgeschmunzelt, vor allem bei der Taylor Swift Szene, weil die halt wirklich aus dem Nichts kommt und ich überrascht war dann doch, wie für FSK 12, wie hart die ist. Aber ansonsten war bei uns in der Pressevorstellung eisernes Schweigen. Ich muss aber auch sagen, sie war nicht so gut besucht, was vielleicht auch daran lag, weil bei uns die Pressevorführung, glaube ich, mit eigentlich der Letzte in Deutschland war. Ich glaube, du hast ihn ja, glaube ich, schon vor ein paar Tagen oder Wochen gesehen. Das ist schon was her, ne? Genau letzte Woche, ja. Also von daher war bei uns auch nicht so viel los. Wie war es bei dir? Wurde bei dir herzlich gelacht? Bei mir nicht, aber ein paar andere Leute mussten schon lachen. Aber mir ging es ähnlich wie dir. Es gab vielleicht ein, zwei Schmunzelmomente, aber dadurch, dass eben diese komische Synthese aus Ernst und Komik für mich überhaupt nicht funktioniert hat, hat auch der Humor für mich nicht funktioniert. Und ich meine, ich reg mich auch bei Marvel-Filmen immer drüber auf, dass die Gags oft irgendwie die Dramatik in bestimmten Szenen zunichte machen. Aber bei Amsterdam ist es im Hinblick auf den Humor irgendwie auf dem Level von einem Ralf-Schmitz-Comedy-Programm für mich. Und da denke ich mir einfach, nee, hau mir ab damit. Das ist einfach nicht witzig. Ich merke das schon. Heute machen wir Fans unglücklich von Christian Bale, von Marvel-Robbie und von Ralf-Filmen. Ja, aber eigentlich mag ich ihn. Ich mag sie alle. Ja, ich auch. Ich auch. Außer David O. Russell. Also es ist, das ist ja glaube ich das Schlimme glaube ich daran an dem Film, dass selbst wenn ich als Christian Bale und Marvel-Robbie-Fan, und ich mag ja auch John David Washington, aber da funktioniert halt leider wirklich gar nichts. Das ist so eine, also das ist so ein Film, wo ich mir denke, wenn ich halt diese Leute so gerne ansehe, dann gehe ich auf Google-Bildersuche und tipp halt ein John David Washington oder gucke mir doch mal Tenet an. Und ich bin kein Tenet-Fan, aber glaub, also ich hatte mit Tenet mehr Spaß als mit Amsterdam. Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Also ganz ehrlich, ich fand sogar rückblickend, ist Tenet kurzweiliger als Amsterdam. Und das hat was heißt. Jetzt hole ich hier sie raus, die ganz heftigen Schläge gegen Amsterdam. Es tut mir doch nicht leid, weil auf dem Papier klingt Amsterdam halt super. Du hast einen Oscar-prämierten Regisseur, du hast wirklich eine Besetzung so voller Stars, da könnten sechs Filme von gemacht werden. Und du hast eine Geschichte, die durchaus, obwohl sie zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg spielt, durchaus Bezüge besitzt unserer heutigen Zeit und sie basiert auf einer Geschichte, die ja da durchaus zu teilen wahr ist. Aber das Ergebnis, also es wirkt auf mich wirklich so, als ob David Russell fast schon absichtlich gesagt hätte, wisst ihr was, ich versuche jetzt einfach mal aus guten Inkredenzien das Langweiligste zu extratieren, was es geht. Absolut. Absolut. Ich finde, du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen, dass es halt alles viel zu zusammenklabüstelt ist, in 132 Minuten gepresst. Meinst du, das hätte als Miniserie und vielleicht unter der Regie einer anderen Person besser funktioniert? Ich glaube tatsächlich, dass es unter einer anderen Regie auch als Film besser funktioniert hätte. Ich glaube, die Geschichte an sich ist nämlich sehr interessant und man hätte sie entweder strikt als Komödie oder strikt als Spannungsfilm bringen können, dann wäre das, glaube ich, ein sehr guter Film gewesen. Miniserie ginge wahrscheinlich auch, ja, aber wie ich, glaube ich, schon sagte, für mich ist die Hauptschuld die Regie und das Drehbuch. Ja. Muss ich leider so sagen. Also ich würde Christian Bale jetzt keine, 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 keine Anklage gegen den Kopf werfen, wobei man sich ja schon fragt, warum macht er da mit? Aber vielleicht ist er ein Freund von David Russell, ist ja nicht das erste Mal, als wir es hier zusammenspielen, aber der Hauptschuldige ist für mich der Regisseur und das ist jetzt auch vollkommen egal, was der da vorgemacht hat oder ob es jetzt ein privater Arschloch ist oder nicht, aber ich finde, dass David Russell hier ziemlich versagt hat. Ähm, ja. Bin ich absolut bei dir. Bin ich absolut bei dir, ja. Das ist schön. Olli, hast du noch irgendetwas? Nee. Gut. Dann hoffe ich mal, dass dieser Podcast nicht so langweilig ist wie Amsterdam und wenn ihr böse Kommentare habt, dann immer her damit, da stehen wir drüber, denn auch böse Kommentare werden unterhaltsamer und spaßiger und kurzweiliger sein als Amsterdam. Damit wäre das schon mein Fazit. Wenn du willst, Olli, kannst du gerne noch auch selbst ein Fazit jetzt ziehen? Boah, mein Fazit beschränke ich glaube ich einfach darauf, dass ich sage, dass der bessere Titel für diesen Film nicht Amsterdam, sondern Amsterdam gewesen wäre und sich dieser Film einfach so anfühlt, als würde man mit einer Mofa bei der Formel 1 mitfahren. So, das reicht. Das ist ein sehr schönes Bild. Das ist wirklich ein sehr schönes Bild. Dann vielen Dank für deine Meinung zu Amsterdam, der am 3. November, glaube ich, in die deutschen Kinos kommt, 3. November oder 2. November. Ihr findet das schon raus. Ihr habt Google, dann kriegt ihr das raus. Denkt dran, ihr könnt den Tele-Stammtisch überall hören, wo es Podcasts gibt und ihr könnt ihn auch ab einigen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, auch bewerten. Da wären wir sehr froh, wenn ihr dann eine positive Bewertung raushaut. Warum? Weil sonst der Olli weint. Das möchte hier niemand. Und denkt dran, wir haben auch eine Webseite www.tele-Stammtisch.de. Da bekommt ihr alle unsere Podcasts und noch ein paar Informationen zu unseren Redakteuren und Redakteurinnen. Damit war es das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Der Olli und ich hatten auf jeden Fall Spaß. Also beim Podcast, nicht bei Amsterdam, um es jetzt nochmal final nochmal zu unterstreichen. Und ich sage, tschüss und Olli, dir gebührt das letzte Wort. Jawohl. Ich sage, vielen lieben Dankst du und euch viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.